Musik Wir nehmen den in den Brühen. Sind Sie ein richtiger Mann? Wahrscheinlich nicht, nee. Mir fehlen Tätowierungen und mir fehlen wahrscheinlich auch 20 cm. Also macht das ein Mann richtig aus? In den Augen vieler Frauen sicherlich, ja. Also haben die Frauen diese ganzen Klischees und Rollenbilder? Ja, schon. Es unterscheidet eigentlich manchmal auch. Also die Klischees sind total alt. Für mich sind sie aufgebrochen. Oh yeah, I like door openers. I like guys who, you know, order for you at dinner. Kind of like old school. When is a man a real man? I think a thing made man, look like man, is being gentle. Oh yeah. I like the I like the I like the Vielen Dank.